Hallo und herzlich willkommen bei Virtusius und einer neuen Folge Follow! Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Yes, ich bin hier in der Nähe der Bomben. Da unten ist es hin und da will ich jetzt mal hinlatschen, also bleib mal dran. So, wir sind kurz davor. Oh Gott, guckt euch mal an, was da abgeht. Oh, mich! Scheibendreck. Oh, ich bin hier. Oh, ich bin hier. Fuck, ich muss mich in Ruhe. Ich muss da nur hier rüber. Ich komme nicht mal in die Nähe der Bombe und verreckt hier schon, ey. Ich muss jetzt mal auf die Tour hier unser Leben ein bisschen aufzuheizen. So, weil da unten wollten wir eigentlich hin. Die sind alle ja mitten drin schon. Dann laufen wir mal hier unten lang. Aber schöner Aussichtspunkt. Boah, jetzt sind wir ja fast in der Nähe. So, ich will mich aber in der Nähe von anderen Spielern aufhalten. Hier muss irgendwo einer rumstehen. Der greift mich noch nicht an. Oh shit, ey. Lauf. Ich bin auch noch gesucht. Das ist alles der Tod hier. Tja. Tja. Das war keine Absicht, meine Freunde. Auf jeden Fall nicht. Scheiß Geschütze haben mich angegriffen. Die sind alle weg? Ich sehe keinen mehr. Achso, deswegen. Ja, tolle Wurst. Was wir hier noch finden, hat er vielleicht gebrauchen könnten. Wir versuchen, irgendwo am Rande lang zu gehen. Oh, die haben sich hier alle aufgebaut. Boah, die haben sich hier alle aufgebaut, ne? Nein! Seh ich auch noch fest hier? Was ist das denn hier? Geh doch. Ein paar Punkte skillen hier. Na ja, dieses gesucht nervt ein bisschen. Boah, ist der ein Level. Bisschen Reste fischen hier, oder was? Bisschen Reste fischen hier, oder was? Uhhh. Sie ist jetzt so platt. Warum nicht? Haben die eine Reichweite? Oh, hier können die mich erst mal... Nein, die Fische kann ich nicht platt machen. Aber ich auch nicht. Die schon runter gerissen haben. So, dann haben wir das jetzt hier als unser markiert. So, ich hoffe mal, mich macht hier keiner platt. Was brauche ich denn hier so alles? Ich habe keine Ahnung. Holobänder finden? Hier irgendwo. Hier oben. Zuerst war es nur Spaß. Ein kleiner Wettkampf. Wer sie zuerst erwischt. Für Kopfschüsse gab es Zusatzpunkte. Dann war Rob verschwunden. Er ging runter zum Übungsplatz. Es war nicht weit. Als es dunkel wurde, war er noch nicht zurück. Dann Ted. Zack. Zack. Da. Filz. Ja. Dann wir. Hier. Dann wir in den Lagen. gelaufen. ja ist halt auch hardcore, also für mich ist das hier noch echt hardcore. vor allem jetzt als gesuchter ist das schon echt scheiße. hab ich keine anderen quests mehr hier? nein, leck mir am arsch. so Tja, keine Chance mehr hier. Ich glaube, ich gehe mal hier hin. Ich muss ja neu spawnen. Dafür wollen die Geld? Ja gut, spawnen wir mal da. Vielleicht sind wir da schon wieder ein bisschen außerhalb. Ja, das ist doof gelaufen. Wie gesagt, ich wollte das die Schütze ja nicht. Ich dachte, das wäre böse, weil das war auch schon rot von Anfang an. Bin ich der Meinung. Aber gut, ändert sich jetzt nichts. War halt gesucht gerade. Gut, jetzt ist der Status auch weg. Das ist schon mal gut. Aber dann haben wir vielleicht auch ein bisschen bessere Chancen. Sind ja immer noch alle da. Ach, muss denn das jetzt hier sein. Läuft hier nun schief in dieser Welt. Wer bist du denn? So, warte mal. Ich brauche jetzt erstmal hier Hilfsmittel. Redaway. Okay. Volle Dosis. Volle Dosis. Da. So. Da. Bis ich da lang. Hier haben wir noch das Schwert zu holen, wenn jetzt hier gerade noch wirklich so eine Ausbeute ist. Aber komm, können wir ja nächste Folge noch mal probieren. Wir sind im Atomgebiet gewesen, finde ich schon mal gut. Wir haben es wieder in die Richtung geschafft und waren gesucht. Also es war schon nicht wenig, was jetzt passiert ist. Sondern jetzt sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sondern. So, dann. ARDE Vielen Dank.